Beginne stehend am Anfang seiner Matze. Atme tief ein, über die Seiten, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Falze nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Komm mit einem großen Einatmen, über die Seiten hoch zum Stehen, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, bring die Daumen zum Herzen, spüre deinen Herzschlag. Noch zweimal so, atme tief ein, über die Seiten, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Leichte Rückbeuge, wenn du magst. Ausatmen, Falze nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann komm mit einem großen Einatmen, über die Seiten hoch zum Stehen, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Daumen zum Herzen, spüre deinen Herzschlag. Letztes Mal, letztes Mal. Atme tief ein, über die Seiten, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Falze nach vorne. Einatmen, halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Und dann komm mit einem großen Einatmen, über die Seiten hoch zum Stehen, Handflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, bring die Daumen zum Herzen, spüre deinen Herzschlag. Von hier, step einmal mit deinem linken Fuß ein Stück nach hinten, etwas weniger als einen Meter. Und dreh deine linken Fußspitzen ein kleines bisschen nach außen, rechten Fußspitzen zeigen weiterhin nach vorne. Wenn du magst, greif deine Hände hinter deinem Rücken. Wenn nicht, kannst du sie auch einfach hängen lassen. Atme tief ein. Und mit dem Ausatmen, Falte nach vorne, über dein rechtes Bein. Lass dein Brustbein zum rechten Knie ziehen. Und komm langsam wieder hoch. Wechsel die Seiten, Step deinen linken Fuß nach vorne, deinen rechten nach hinten. Rechter Fuß ist etwas nach außen, gewinkelt für die Stabilität. Atme wieder tief ein. Ausatmen, Falte nach vorne, über dein linkes Bein. Lass dein Brustbein zum Knie ziehen. Und löse dich, komm langsam wieder hoch. Und dann komm in eine weite Grätsche, stehend auf deiner Matte. Fußspitzen zeigen etwas nach innen, Fersen nach außen. Atme nochmal tief ein. Über die Seitenhandflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Falte nach vorne hier. Wenn es für dich bequem ist, lass deine Fingerspitzen die Matte finden. Schwing hier ein bisschen von links nach rechts. Komm mit einem Einatmen wieder hoch. Dreh deine Fersen nach innen. Und mit deinem nächsten Ausatmen setz dich ab in deine Göttin, deine Goddess Pose. Versuch die Hüften so tief zu bringen wie die Knie. Wenn das nicht geht, ist das aber nicht schlimm. Und dann halte deine Hände auf Schulterhöhe hoch oder ganz nach oben, so wie das für dich richtig ist. Bleib hier ein paar Atemzüge und spüre die Kraft in deinen Beinen. Und dann streck deine Beine wieder durch. Dreh die Fersen wieder etwas nach außen, die Fußspitzen nach innen. Atme noch einmal tief ein. Über die Seitenhandflächen berühren sich, Blick folgt. Ausatmen, Falte noch einmal nach vorne hier. Und dann komm mit einem Einatmen wieder hoch. Und step wieder an den Anfang seiner Matte. Bring deine Hände in Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.